Du bist auf der Suche nach dem perfekten Schreibtisch, um deine Freunde zu beeindrucken und dein Spielerlebnis auf die nächste Stufe zu heben? Such nicht weiter! In diesem Video zeige ich dir, wie du die besten Tische auf dem Markt findest und worauf du achten solltest. Hallo zusammen! In letzter Zeit habe ich verschiedene Spieltische, die auf dem Markt sind, untersucht und ausprobiert. Heute werde ich meine Ergebnisse mit euch teilen, damit ihr eine fundierte Entscheidung treffen könnt, wenn es darum geht, den richtigen Tisch für eure Einrichtung zu wählen. Los geht's! Elite Gaming Schreibtisch Rock Solid – Das ultimative Spielergebnis Der Elite Gaming Schreibtisch Rock Solid beeindruckt nicht nur mit seinem ästhetischen Design, sondern auch mit seiner erstklassigen Qualität. Er ist mit zahlreichen zusätzlichen Funktionen wie einer Kabeldurchführung, LED-Beleuchtung und einer Headset-Halterung ausgestattet, die ihn zum perfekten Spielpartner machen. Wenn du auf der Suche nach einem hochwertigen Gaming-Tisch bist, um dein Spielerlebnis erheblich zu verbessern, dann ist unser Gamer-Tisch in dezenter Carbon-Optik definitiv die richtige Wahl. Der Tisch beeindruckt nicht nur durch sein futuristisches Design, sondern schafft auch ideale Atmosphäre zum Spielen. Die eingebaute LED-Beleuchtung ermöglicht es jedem, die passende Lichtfarbe für das jeweilige Spiel zu finden. Ein weiterer großer Vorteil dieses Gaming-Tisches mit LED ist seine Höhenverstellbarkeit, die es ermöglicht, die optimale Sitzposition zu finden. Dank der intelligenten Kabelhalterung wirken sowohl der Tisch als auch das gesamte Zimmer ordentlich und aufgeräumt. Kabelsalat gehört damit der Vergangenheit an. Der Elite Gaming Schreibtisch Rock Solid ist aus hochwertigen Materialien gefertigt und verfügt über eine Tischplatte, die 124 cm breit ist und mit ihrer edlen Carbon-Optik jeden Raum aufwertet. Diese Tischplatte, aus Holz gefertigt, weist eine hohe Belastbarkeit auf. Der Rock Solid Tisch bietet ausreichend Platz für ein aufgeräumtes Gaming-Setup, auf dem Tastatur-, Maus-, Monitore- und sonstiges Gaming-Equipment problemlos Platz finden. Das futuristische Design mit Carbon-Struktur trägt ebenfalls positiv zum Gaming-Erlebnis bei und regt sofort zum Spielen an. Damit dein Platz nicht zum Endgegner wird, ist unser Gaming-Schreibtisch perfekt dimensioniert. Er bietet ausreichend Fläche für eine gesamte Ausrüstung, einschließlich Maus-, Tastatur-, Monitor- und Controller. Gleichzeitig ist er kompakt genug, um in jedes Zimmer zu passen. Du hast die beste Wahl zwischen zwei Farben, einem minimalistischen Schwarz und einem auffälligen Rot. Der Elite Gaming Schreibtisch Rock Solid sorgt in jedem Raum für die passende Atmosphäre und hebt dein Gaming-Erlebnis auf ein neues Level. Eureka Ergonomic Gaming Tisch Erlebe grenzenloses Gaming-Vergnügen mit dem Eureka Ergonomic Gaming Schreibtisch. Dieser beeindruckende Gaming-Tisch bietet eine RGB-Beleuchtung, ein integriertes Kabelmanagementsystem und viele spezielle Funktionen für Pro-Gamer. Mit Getränkehaltern, Kopfhörerhaken, einem Controller-Ständer und einem großzügigen Mauspad ist alles, was du brauchst, direkt griffbereit. Die Kohlefaser-Oberfläche bietet ausreichend Platz für dein gesamtes Gaming-Equipment. Mit seiner großzügigen Abmessung von 64,01 x 64,01 x 19,3 cm gehört der Eureka Ergonomic Gaming Schreibtisch zu den geräumlichsten Optionen auf dem Markt. Eingebaute Kabeldurchführungen sorgen für eine ordentliche Organisation deiner Kabel. Profitiere von den vielen Vorteilen dieses Gaming-Tisches. Tauche dank der RGB-LED-Beleuchtung in ein dynamisches und immersives Spielerlebnis ein. Das integrierte Kabelmanagementsystem mit Steckdosenleiste und Kabeldurchführungen sorgt für eine ordentliche und effiziente Einrichtung. Dieser Gaming-Tisch wurde speziell für Profi-Gamer konzipiert und kommt mit praktischem Zubehör wie Getränkehalter, Kopfhörerhaken, Controller-Ständer und großem Mauspad. Die glatte und strapazierfähige Carbon-Faser-Oberfläche bietet ausreichend Platz für Monitor und Gaming-Equipment, ohne dabei die Qualität oder Leistung zu beeinträchtigen. Das mitgelieferte Zubehör wie Getränkehalter, Kopfhörerhaken, Controller-Ständer und großes Mauspad ermöglicht ein noch besseres Spielerlebnis, in dem du alles in Reichweite hast. Der Eureka Ergonomic Gaming-Schreibtisch hat sich bereits im Gaming-Tisch-Vergleich 2023 gegen viele Konkurrenten durchgesetzt. Worauf wartest du noch? Hol dir den Gaming-Tisch, der dir ein unvergessliches Spielerlebnis bietet. Lead-Desk Gaming-Tisch Hol dir den perfekten Schreibtisch für deinen Arbeitsbereich. Der Lead-Desk bietet verschiedene Tischplattengrößen und Designs, sodass du ihn an deine Bedürfnisse anpassen kannst. Im Konfigurator auf unserer Homepage kannst du auch aus einer Vielzahl von Extras wählen, um deinen persönlichen Lead-Desk zu gestalten. Der Aufbau ist einfach und kann in etwa 70 Minuten erledigt werden, ohne die Notwendigkeit einer zweiten Person oder eines Akkuschraubers. Höhepunkt des Lead-Desk ist die elektrische Höhenverstellung, die dir die Möglichkeit gibt, den Schreibtisch perfekt an deine Körpergröße anzupassen. Du kannst die Höhe von 63,7 cm bis 128,7 cm einstellen, dank eines Elektromotors für jedes Tischbein und einer digitalen Steuereinheit mit Bildschirm und Speicherfunktion. Der Lead-Desk bietet außerdem Kollisionsschutz, Soft-Start-Stop-Automatik und einen Überlastungsschutz für die Motoren. Genießt nicht nur die ergonomische Anpassungsmöglichkeit, sondern auch die leise und gleichmäßige Höhenverstellung sowie die stabile Konstruktion. Mit einem massiven Fußgestell und den höhenverstellbaren Standfüßen steht der Lead-Desk auch auf unebenen Böden immer stabil und gerade. Sogar bei maximaler Höhe. Erlebe optimalen Komfort und Qualität mit dem Lead-Desk, dem Schreibtisch der Testsieger wird. Alle Kauflinks findest du in der Beschreibung. Trust GXT 711 Dominus Der Trust GTX 711 Dominus ist der perfekte Gaming-Schreibtisch für alle Gamer da draußen. Mit einer Breite und Länge von 1160 mm bietet er genug Platz für zwei 24-Zoll-Monitore, Lautsprecher, Maus und Tastatur. Dank der verstärkten und das MDF-gefertigten Tischplatte ist er robust und langlebig. Die Oberfläche besteht aus hochwertigem PU-Stoff, der eine optimale Maus-Funktion ermöglicht. Und das Beste ist, dass der Schreibtisch mit einer Halterung für ein Headset und eine Dose Schrägstrich-Tasse sowie einem Kabelmanagement ausgestattet ist. Keine Sorge mehr über Kabelsalat. Der Trust GTX 711 Dominus ist nicht nur funktional, sondern auch ergonomisch gestaltet. Die abgerundete und angewinkelte Vorderkante sorgt für ein angenehmes Arbeiten und minimiert Schmerzen an den Unterarmen und im Handgelenk. Mit einem stabilen Stahlgestell und höhenverstellbaren Standfüßen kannst du dir den Schreibtisch an deine Bedürfnisse anpassen. Und das Beste kommt noch. Dieser Gaming-Schreibtisch ist auch noch erschwinglich. Mit all den Extras unter hervorragender Qualität ist der definitiv ein Schnäppchen. Worauf wartest du noch? Hol dir den Trust GTX 711 Dominus und mach dein Gaming-Erlebnis noch besser. Vorteile Viele Extras wie Kopfhörer und Getränkehalter, Aufkleber für das Gestell. Fein strukturierte Tischplattenoberfläche für optimale Mausfunktion. Nachteile Keine Höhenverstellung Keine Tischplatte mit integriertem Mauspad. Arozi Arena Gaming Desk Mit einem einfachen Knopfdruck kannst du jetzt die Höhe des Arena-Schreibtisches nach deinen Wünschen anpassen. Ob du im Sitzen arbeitest, stehen oder dich zwischendurch bewegen möchtest, die elektrische Arena bietet dir höchste Anpassungsfähigkeit. Mit dieser neuen motorisierten Ergänzung hältst du einen modernen, langlebigen und einfach zu bedienenden Schreibtisch, der sich perfekt an deine Bedürfnisse anpasst. Die Arena bietet nach wie vor ausreichend Platz für eine Vielzahl von Büroaufgaben und Gaming-Aktivitäten. Dieser höhenverstellbare Schreibtisch der Spitzenklasse ermöglicht es dir, während deiner Spiel- oder Arbeitssitzung mühelos die ideale Balance zwischen Sitzen und Stehen zu finden. Das vollfächige Mauspad des Arena-Schreibtisches ist nicht nur äußerst praktisch, sondern auch äußerst funktional. Es ist wasserabweisend und maschinenwaschbar, was die Pflege und Wartung erleichtert. Mit einer großzügigen Fläche von 160 x 82 cm bietet er ausreichend Platz für deine Maus- und Tastaturbedürfnisse. Zudem verfügt der Schreibtisch über drei Aussparungen für ein effizientes Kabelmanagement und die Befestigung von Monitoren. Der Kabelmanagementkorb passt perfekt unter den Schreibtisch und sorgt für Ordnung an deinem Arbeitsbereich. Die Doppelmotoren des Schreibtisches bieten nicht nur Geschwindigkeit, sondern auch Leistung, um die Höhenverstellung reibungslos und zuverlässig durchzuführen. Du kannst außerdem individuelle Voreinstellungen nach deinen Vorlieben programmieren. Ein praktischer Headset-Aufhänger ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten, um deine Gaming-Ausrüstung griffbereit zu haben. Der Arena-Schreibtisch mit seiner elektrischen Höhenverstellung, dem großzügigen Mauspad und den intelligenten Funktionen ist eine hervorragende Wahl für anspruchsvolle Nutzer, die Komfort und Vielseitigkeit schätzen. Abonniere meinen Kanal für weitere Vergleichs-Videos und teile deine Kommentare mit der Community. Wir sehen uns in den Kommentaren.